Und da sind wir wieder bei Sword Art Online Fatal Bullet und ich hoffe wir kriegen jetzt mal ein bisschen Action zu sehen. Nur dank den Spielern habe ich meinen jugendlichen Elan behalten. Ach übrigens, ich war die erste, die den Reiz von VR begriffen hat. Aha, na dann. So siehst du auch aus. Fühlt sich gut an mit einer Knarre in der Hand rumzustehen, oder? Mir wird zu langweilig, wenn die Spiel-Events kein Update erhalten. Ist das schon fertig? Ich muss mich beeilen. Muss gleich losen. Warum ich so gehetzt bin? Äh, äh, wieso eigentlich? Online PvP Belohnung, Zubehörtauschkarte. Du kannst Zubehörtauschkarten erhalten, indem du an Online PvP Kämpfen teilnimmst. Du behältst zwei Karten pro Sieg und eine Karte. Die Karten können für Zubehör eingetauscht werden. Sprich dazu mit dem Arthur-Syst in der Nähe der Online PvP Rezeption. In der Lobby im Büro des Gouverneurs. Zubehör, das du erhältst, enthält drei oder mehrere Speicherchips. Kannst du nun im Online PvP Heldenkampf wählen. An Heldenkämpfen kannst du nicht mit deinen normalen Avatar teilnehmen. Stattdessen spielst du einen der Charaktere aus Dollard Online Fatal Bullet. Level-Ausrüstungsskills sind für jeden Charakter vordefiniert. Geschenke, die der Charakter erhalten hat, werden als Teil seines Outfits dargestellt. Für die Heldenkämpfe gibt es auch gesonderte Ranglisten und Range. Kämpfer hat ein Beweis, wer der beste Spiel in ganz GDO ist. Deathmatches werden zur Liste der Online PvP Quest hinzugefügt. In allen Deathmatch kämpfen zwei Teams aus je vier Spielen gegeneinander. Ab und zu wird die Position des Gegners aus dem Feld durch einen Satelliten-Skin angezeigt. Siege ist das Team, das die Leben des vereindlichen Teams auf Null reduziert. Leben werden erst reduziert, wenn ein Spieler vollkommen tot ist. Es ist enge Zusammenarbeit mit intimen Kameraden, kluge Einsatz von Videobelebungen und Skills sind hier schlüsselend Musik. In Deathmatch Quest beim Online PvP um Bullet of Bullet Simulationen werden die Namen und Details von versteckten und weit entfernten Gegner nicht angezeigt oder auf der Minikarte eingeblendet. In festgelegten Abständen zeigt jedoch ein Satelliten-Scan ihren Standort für einige Sekunden. Die folgenden Skills-Gadgets haben spezielle ortsabhängige Effekte. Falkenauge, Standort des Gegners wird für einige Sekunden preisgegeben. Metamaterial-Tarnung verhindert aufspüren per Satelliten-Scans. Wenn einem Gegner Schaden zugefügt wird, ist sein Standort kurzzeitig sichtbar. Dies erhöht den taktischen Vorteil von Überraschungsangriffen deutlich. Nein, ich will ja gar keinen PvP-Kampf machen. Ich will ja gar keinen Pvp-Kampf machen. Und zwar nicht gegen das denn, wie machen Sie? Nein, ich will ja gar keine Frage. Ich will ja gar keinen Pech sagen. Ich bin schon da. Und zwar nicht gegen das? Was ist das denn so? Echt? Ich kann Ihnen sagen. Man muss die Frage stellen. Ich kann Ihnen nicht aus. Ich kann Ihnen fragen. Ich kann Ihnen wissen, was ich da. Ich bin ja gar keinen garthorn. Was war das denn? Was sagt Ihnen? Ich weiß nicht, ob ich es nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich es nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich es nicht gesehen habe. Was ist das? Ihr seid hier? Was ist das? Wenn du siehst, dann hörst du dich an. Es war sehr schwierig. Was ist das? Was ist das? Ich weiß nicht, dass ihr euch nicht wissen. Du bist ja nicht. Wie soll ich sagen? Wie soll ich sagen? Was dafür ein bisschen zu verbrechen? Ich weiß nicht, dass ich das nicht. Was hast du gesagt? Du kannst mich nicht sagen. Du kannst dich nicht sagen, oder? Du kannst mich nicht sagen. Du kannst dich nicht sagen. Du kannst mich nicht sagen. Vielen Dank. Ich habe schon schon versucht, dass ich 500 Mal schon versucht habe. Und dann gibt es einen Typen für Aphasis. Du bist der Aphasis ist wirklich sehr hoch. Ja, ich bin Type-X, also ich bin sehr hoch und liebevoll. Also gibt es so ein Wunder. Und Type-A ist ein Rental. Oh, man. Holy moly. Bitte ein Mädchen, das mein Herz höher schlägen lässt, aber dafür meine Trefferrate sinken lässt. Uh, Waffen. Nichts, was ich mir leisten kann. Ja, ja. Juhu, neue Quests. Der will eh nie kommen. Starr mich nicht an, da werde ich gleich rot im Gesicht. Oh. Alle, die die Suche nach neuen Waffen vernachlässigen sterben. Weißt du, so etwas habe ich noch nie gesehen. Das ist wirklich aufregend. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, das sind keine normalen NPCs. Das ist wirklich gut. Oh, Kirito. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Hey, Strea, du bist. Ich bin froh. Ich liebe Kirito. Strea, ich bin froh. Ich bin froh. Ah, ah, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Das ob sie bei mir in. Das stimmt. Aber ich bin froh. Ich bin froh, dass ich mich gegründet habe. Ich meine Waffe. Was haben Sie denn? Ich bin froh. Ich bin froh. Janos und wirkenrii. Ich habe die Stunde gegründet. Sie sind froh. Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo. Vielen Dank. Hallo. Vielen Dank. 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 Tschüss. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich bin ein neues Freund. Hallo! Ich bin Prämia. Ich bin Prämia. Kirito? Wie ist es? Einen? 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 Warte, Warte, Prämia. Ich bin mir nicht so gut. Diese Frau ist AI. Ich bin ein Neue. Ich bin ein Neue, das war für einen Gamer. Wie ist es? Wie ist diese Runde? Ich bin Kirito-San. Ich bin schon mal der Kiste. Ich habe keine Verwichtung und keine Verwichtung. Ich habe einen neuen Gamer mit dem Grunde. Ich habe die Führe mit dem Erwin-San. Ich habe mich im Kiste gefreut. Ich habe mich auch beim Sprecher geholt. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Ja! Insofern, Prämia kann man sich自由 als Prämia bewegen, und kann man auch einfach spielen. Soll es Prämia? Was hast du heute gemacht? Ich hatte einen Gelegenheit. Es ist eine andere Art von Origin. Es ist interessant. Ich möchte auch noch mal rauskommen. Wenn du mit dem Partieren gehst, bist du bei dir. Ja. Anstrengendes Spiel. Anstrengendes Spiel. Ich werde weiterhin viel Neues lernen und es dir dabei bringen. Wenn ein befreundes Gruppendeglieder eine Medaille verdienen, kannst du drei drücken, um dir Person zu gratulieren. Derart der Vermutigung füllt die Medaillenanzeige zusätzlich. Achte darauf, wann Gruppendeglieder im Kampf erfolgreich sind, um die Medaillenanzeige so schnell wie möglich zu füllen. So, wo ist der Rest? Ah, zum Glück habe ich jetzt schnell Reise. So viel Gequatsch in dem Spiel und so wenig Action. Unglaublich. Und so lange Ladezeiten. So viel Gequatsch in dem Spiel. So viel Gequatsch in dem Spiel. Das ist die Schmutz-Dungeon-Klück. Wenn man etwas anderes hat, wenn man sich an zu helfen, kann man mir nicht? Natürlich, die Informationen sind nur für die Reise. Das ist die Informationen, die Informationen sind nur für die Reise. Zum Beispiel, diese 3-Bond-Higge-Nuray-Waar-Waar-Waar-Waar-Waar-Waar-Waar. Das heißt, wenn man nicht auf die Reise ist, ist das eine Art des Reise. Aber du kennenzulierst, du kennenzulierst, der Name ist, was du kennenzulierst. Hahahaha So, was ist der nächste da oben? Oh Gott, ich habe so das Gefühl, ich komme heute gar nicht mit der Action. Immer so Ladezeiten davor, das ist so... Oh Gott, ich habe so viele Sachen gesehen. Das war's für heute. Jetzt, wir sprechen langsam. Dann. Du bist komisch. Wenn es weitergehen würde, ja. Hm. Hm. Ähm. Jetzt wieder riesen Tag ohne. Hoi, 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 hoi. Ja. 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 Ja.